Aber bevor Sie die Züche peilen, man darf nicht einfach gehen. Weisen Sie das Personal dort nicht darauf hin, dass Sie in den nächsten 5 Minuten gehen müssen. Sollten Sie nach 15 Minuten und nochmaliger Nachfrage aber immer noch keine Rechnung erhalten haben, können Sie tatsächlich das Restaurant verlassen. Allerdings sind Sie dann dazu verpflichtet, Ihrem Personal in am Tisch zu hinterlegen, um die Rechnung auf anderen Wegen zu begleichen. Denn Zahlen, das müssen Sie auf jeden Fall.